So, huiii! Hä? Müß auch wirklich bis... Oh, scheiße. Follow the arrow. Ja, ach, wirklich. Ach, da unten zeigt der... Oh! Alter, du musst wirklich da reintreffen? Willst du mich verarschen? Ja, sie wünschen... Ja, wenn der Arrow da nicht so dimmig hängen würde, hätte ich es jetzt auch getroffen, ne? Ich hab's geschafft! Oh, Gott. Äh, muss ich dann ins Fass, oder wo muss ich denn rein? Alter, erstmal muss ich die... Oh! Erstmal muss ich die scheiß Bahn dafür treffen. Servus. Warte, lass mich nochmal versuchen in das Fass rein. Ja, ich geh da schon weg. Ja, ich hab... Hä? Ach, das ist... Oh! The time all of the portals are totally friendly. Just pick one. Pyramids, however, are pure evil. Ja, let's rage, golf it, oder so. Das wievielte Loch muss das jetzt sein? Acht, ne? Ja, acht. Also noch... Also mit dem hier noch zehn Löcher. Boah, oh! Boah, ich bin abgeprallt. Obwohl ich mich nur kullern lassen wollte. Das ist mal echt der Bastard. Der wie Wellen eingebaut. Die Neid. Wirklich, die Neid. Willst du mich verarschen? Lass du da nicht rüber... Alter! Du scheiß Welle. Geh dich verpissen, Mann! Weißt du, irgendeiner von uns so... Boah! Jetzt kann ich schlagen, weil die scheiß Welle kam. Sollte ein Let's Rage für diese Map aufnehmen. Hm, komisch. Mach ich gerade. Hallo, Johannes. Hallo, Dominik. Willkommen bei YouTube. Alter! Da stoße ich mir noch den Kopf an, der scheiß Kacke da. So, wo muss ich jetzt lang? Ach, da lang wahrscheinlich. Also, The Noob Ray steht da auf dem. Alter! Ich... Ich nehme auch den Noob Ray. Wahrscheinlich führt dann das nichts oder so. Safe! Ach, wirklich! Hier kommst du raus. What? Das ist voll die... Alter, und die fand ich auf Steam gut. Und die hatte so viel... Alter, die hatte, glaube ich, vier oder fünf Sterne, ne? Purse Air. Hä? Ne? Da stand gerade ganz kurz Purse Air auf der anderen Seite der Karte. Äh, auf der anderen Seite der... Äh... Alter! 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 Äh, ab wann habe ich jetzt aufgenommen? Ab... Loch sieben oder so habe ich, glaube ich, aufgenommen. Oder habe ich angefangen? Ja, ich habe es gleich geschafft! Äh, siehst du da diesen rot leuchtenden Po... Ja, genau. Ah, nee, das ist Dominic. Achso, scheiße. Alter! Oh! Gott! Okay, lol. Liegt das irgendwie an... Irgendwie liegt das daran, weil ich hoste und bei mir ist irgendwas oder... Oder bei Dominic kaut da irgendwas nicht hin. Achso, vielleicht da durch, ja. Ich dachte schon. Weißt du, was der hätte einbohren müssen? So eine ganz kleine Kante. Ja, viel Spaß. Ich bin... Ich... Ich... Weiß nicht, ob ich es schaffe, es so morgen schon loszuladen, aber spätestens Montag. Ja, da ist die Folge auf YouTube. Johannes. Ja. Es war erst, wie gesagt, ab Loch sieben, aber okay. Egal. Nein, benutzt du nicht. Ja, hui! Scheiße. Ich weiß, als ob da eine Welle drin ist. Äh, spionierst du für mich? Spielst du DD und spottest, was hier hinter der Welle... Ach, wirklich. Alter, du musst ja über... Hier ist doch so eine kleine Fackmauer. Ich muss ja zurückkegeln. Alter. Ja, über die Welle, über die wir gerade gekommen sind. Nee, ich... Ich spring da jetzt über die Welle, weil es ja die sogar beinahe schafft. Alter, das ist so ein Mist. Achtung. Mitten auf der Strecke ist so eine kleine Mauer, ja. Oh, Alter. Hey, muss... Da links... Ja. All... Ich... Ja, links oben ist eine Kanone. Hey, wo muss ich da hin? Hey, muss ich jetzt da rüber? Ja, links von dieser Riesenrampe da ist doch ein gestapelter Steine, ne? Und da ist eine Kanone. Da musst du rein. Johannes. Da siehst du links da? Diesen Stapel Felsbrocken? Da oben drauf ist eine Kanone. Da musst du rein. Äh, links da auf diesen Steinstapel, da auf diesen... Von den Felsen... Oder man schafft es so. Das... Das geht vielleicht auch. Okay. Das geht also auch. Entweder die Kanone oder du schaffst es gleich rüber. Wo du hin musst. Äh, links da gleich. Aber musst du aufpassen. Ich hab da auch Übelzwerf fehlt. Obwohl ich gut gezielt... Naja, anscheinend. Ist das ein Scheiß. Mein PC beschwert sich auch grad schon. Weiß nicht, weil der grad bläst wie so ein Irrer. Ob die CPU-Auslastung so hoch wäre. Oder die Grafikkarten... Also, Mann! Oh! Hä, wirklich, ja? Hä, wo müssen wir dann hin? Ach, wirklich? Da müssen wir doch in die Kanone und uns da hinfeuern. Oh! Wirklich jetzt? Das wirklich... Ach, jetzt bin ich so weit. Alter! Ich... Nee. Der hat echt keine Freunde. Die hat da einsam zu Weihnachten bei sich alleine... Weißt du, man muss da hinten gar nicht hin, ne? Ist klar. Ja, ich bin wieder sonst wie weit zurück. Ja. Ja, ne Rampe, ja. Äh. Und jetzt nochmal für blöde mit Navigationsansage von TomTom. Ja, ich... Ich hab das Loch gesehen. Ja, da ist es rechts, ja. Oh! Oh! Boah! Junge! Oh, ich seh, mein Fenster ist ja noch offen. Scheiße. Mach ich jetzt gleich mal zu, bevor mich noch irgendeiner hört. Wenn mich jemand fragt, morgen früh aus der Nachbarschaft, ja, was hast du denn gemacht, ja? Ich hab Golf gespielt. Erwurs, I gave you Erwurs. Was? Hä? Was? Will der mich verarschen? Oh, dankeschön. Ich will es mitnehmen. Aber ich hab's nicht geschafft. Cool. Ach, du musst schon mit Schmackes machen, ne? Mehr oder weniger. War echt, ey. Vor allem, du siehst auch gar nichts, ne? Oh, scheiße. Das war falsch. Also, der war so Weihnachten wirklich allein, ne? Ja, keine Ahnung. Der Wichse, Achmed. Follow the arrow. Alter, da war wirklich eine andere Möp, willst du mich verarschen? Da musst du wirklich da, wo der Pfeil ist, hin, ja? Die Scheiße, Alter. Alter. Alter, als ob der Pfeil... Alter, als ob der Pfeil... Alter, wie kann das, wenn ich immer so durchschlage? Ja, echt, ey. Alter, dann lieber mit vollen Noobs 10.000 Runden in Virtu Warships, ey. Oh, oh, ein Windball. Oh, oh. Oh, oh. Äh, wirklich, da war das Dach im Weg. Oh. So, welche Karte ist das? Äh, Loch 11, okay. Dann haben wir noch ein, noch ein... Was? Was? Wie? Okay. Hui! Oh, scheiße. Hui! Alter, wo ich so knapp verfehlt. Na, cool. Lass bei dir. Oh, das ist so nervig, ja. Ja, das glaube ich dir. Ja. Abschützig. Also ein Schütz ist was anderes, ne? Wo bin ich? Hä, wo bin ich? Hui! Oh, ein Loch. Ein Rohr. Ich kuller durch ein Loch und... Birdie! Oh Gott, Alter. Wirklich, ja. Nee, nicht so doll. Du brauchst nur einmal kurz über das komische Dach da, da vor dir. Nicht so doll. Ganz, ganz sacht über das Dach. Nee, nicht so klein. Ein bisschen mehr schon. So, dass du übers Dach kommst. Das warst du doll. Du... Das warst du doll. Ja, echt, ey. Also da passt jetzt das Streu über den Kopf sehr gut. Ja, er hat's geschafft. Ha, ha, ja. Ja, bei deinem Glut. Hui, hui, hui. Ja. Alter, wie ich gar nicht sehe vor Lotte Blätter. Ne Möp. Hallo. Das sind leuchte Pfeile, geh mal da lang. Achso, man muss da rüber, so. Och, Alter. Gott. Das ist kompliziert, ey. Brauchst du ein Navigationsgerät dafür. Dieses GPS, was ist dieses GPS? Hallo. Hä, wie da lang? Musst du jetzt da hoch, oder was? Ja, wo bin ich jetzt? Hier war ich. Hä, wo musst du überhaupt hin? Ach, hinter dem Hügel da, oder was? Hä? Ach, da ist die Bahn. Jetzt heißt es... Alter, dein Ernst. Alter, ich besuche den Menschen persönlich zu Weihnachten und bring ihn um. Wenn er Teil 2 davon macht. Bitte. Ach, jetzt bin ich immer so doof und schlacko noch. Ja, komm, komm, Köln auf die, Köln auf die Bahn. Ja, komm. Ah, danke schön, du mein. Ja. Hallo. Das war irgendwie nichts. Alter. So mies. Ernsthaft, ich hab's nicht geschafft. Obwohl, der Pfeil zeigt nach links, ne? Ja, der Pfeil hat nämlich nach links gezeigt. Aha. Alter, ihr müsst halt nach links und euch da abreihen lassen. Und praktisch ne 180 Grad. Aber ich bin hier richtig. Und dann gibt's ja auch wieder mehrere Enten. Also, ich bin jetzt auch am Ziel, ne? Pair. Was? Oh, wirklich. Alter, was ist das hier für ein abgefucktes Terror hier? Ach, wirklich, ja? Wahrscheinlich ist es kurz mal warm geworden draußen. Ach, wirklich. Oh! Blub, 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 blub. Ich hüpfe mal zurück, ne? Oh! Nein! Ach, danke. Hä, wieso? Ja, wir haben's ja bald geschafft. Ach, wirklich? Da müssen wir hoch? Hoch und springen. Ja, ich bin jetzt da. Alter, was ist das für ein abgefucktes Loch hier? Ist das doch schief, ne? Alter, war der besoffen, oder was? Was? Ja, okay, gut, ne? Zensieren wir, ne? Wie heute in ETSY. Was wollten wir zensieren? Achso, ja, okay. Ja, jetzt war's so privat. Hallo! Alter, wie lange geht die Folge schon? Für nur ein paar Löcher. Ich hab erst ab Loch 7 angefangen, ja. Alter. Vorsichtig. Ein lustiger Golfabend unter Freunden. Alter. Ja. Oh. Schafft. Skill. Alles skill. Ja, ist klar. Boah. Natürlich. Ach, wirklich? Boah, Mann. Ich bin hier auf jeden Fall richtig. Merke ich gerade. Ah, da vorne ist eine Zielscheibe, wo wir wieder zielen müssen. Ne, wir müssen nicht zielen. Okay, ist alles gut. Ah, Loch 16 ist da vorne schon. Alter, wirklich, ist da wirklich ein Booster dahinter eingebaut? Alter, dieses Arschloch einfach mal nur, ne? Wenn du abprallst, ja, dann ist da so ein scheiß Booster. Du musst so aufpassen. Ja, ach, wirklich? Ich verachte Weihnachten so langsam. Ich verstehe, warum manche was gegen Weihnachten haben. Tja. Ja, ja. Die einfachste. Also, wenn das einfach ist, ja. Stell dir vor, du hast jetzt Johannes getroffen. Aber echt, ey. Was? Friendly Fire? Was denn einer? Da. Machst du richtig. Schön ins Aus. Also, abonniert auf jeden Fall diese Map, ja. Für unvergessliche 10 Stunden, alter. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Scheinend. Scheinend. Da. Wo ist da ne Cannon? Ach, da vorne ist ne Cannon. Ach so. Oh, alter, ist die so, muss die so weit wegs. Ja, 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 ich seh sie, ja, ja. Ja, ich bin in der Cannon. So, wo müssen wir jetzt hin? So, wo müssen wir jetzt hin? The doorway. Hä? Ach, da hinten müssen wir hin. Oh, ich bin da. Und drinnen. Oh, bin ich gut. Also, ich hab, ich hab mich sogar reingeschossen. Cool. Oh. Oh, das war ne easy Map. Richtig easy. Blub. Oh Gott, ey. Huch. So, das muss jetzt, äh, das 17. Loch gef... Alter. Jetzt gibt's Glütensalat. Oh, guck mal, da ist ne Raumstoff. Oh, wirklich. Hallo, Dominik. Also, ich hab's geschafft. Ja, ich seh's. Okay, das war so wenig, oder? Ja. Doch, das war so doll. Ja, ich schwöre, Junge. Na, Alter, ein Glück. Da hat das wohl auch eingesehen, das ist so assoziat. Wirklich. Alter, jetzt bin ich wirklich hinter diesem Stein. Alter, so weit wollte ich gar nicht. Ah, ich hab Errungenschaft. Hit hard, ist klar. Oh, da war ein Stein. Alter, ich werd schon ganz heiser. Smack it in hard and enjoy the view. Thanks for playing. Too easy, leave a comment. Alter, halt, die Schnauze. Hui. Ich hab's geschafft. Thanks for playing. Too easy, leave a comment. Ja, bitte, too harder, please. Please, please, please. Garantiert nicht. Ah, komm, 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 komm. Ja, komm, komm, komm. Du schaffst, Alter. Du, Berg, unter Kulat. Ja, du schaffst. Hui. Alter, Dominik, du bist Erster. So, ich hoffe, euch hat die krasse Folge gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, wir sind keine Kulat. действorium. Wir sind ja garante. Und dann bis zum nächsten Mal. W-6. Wir sind da, in der Kulat. Wir sind da, in der Kulatung. Was sind die Kulatung. Vielen Dank.